Jetzt mal hier in einem Restaurant in der Bergregion in der Türkei, hier in der Nähe von Kötsch. Ich kann es jetzt schlecht aussprechen. Ein schönes Restaurant mit Wasserfall. Überall läuft von oben was. Herrlich. Überall kann man sich erfrissen. Richtig schön. Schöne Erfrischung hier. Na ja, herrlich. Kann man nicht meckern. Erfrischung pur.